So, liebe Leute, willkommen zu einem aktuellen Video zum Thema WhatsApp-Datenschutz. Heute ist der 20.05. und WhatsApp hat letzte oder vorletzte Nacht die Einstellung geändert, wer in welcher Gruppe ist. Da kann man meine Kontakte anwählen oder jeder einstellen. Und ich habe bei mir im Handy das gecheckt und es stand tatsächlich auf jeder. Ich kann leider den umgekehrten Fall nicht antreten und nicht sagen, was es davor war. Aber ich glaube, es hilft oder schadet nichts, wenn ihr euch das einfach mal anguckt und bei eurem Handy, bei eurer WhatsApp-Einstellung das überprüft. Wie geht das genau? Ihr klickt, wenn ihr WhatsApp aufmacht. Ihr dürft nicht in irgendwelchen Gruppenschatz sein, sondern im absoluten Startbildschirm. Klickt ihr auf die drei Punkte. Dann kommt ihr zur Einstellung und dann seht ihr hier Account, Chats und so weiter. Es schadet übrigens nichts, wenn man sich das mal anguckt, aber im Moment wollen wir zu Account und dann zu Datenschutz. Also ihr seht schon, es ist relativ weit unten vergraben im Menübaum. Und wenn man das gefunden hat, dann sagt einem die Datenschutzeinstellung, wer sehen kann, also ob ich zuletzt online war, mein Profilbild, Infos, Status, Gruppen. Und da stand vorher bei mir jeder. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann sagen jeder, meine Kontakte oder meine Kontakte und noch jemanden ausschließen. Und ich habe das jetzt bei mir grundsätzlich auf meine Kontakte gestellt, weil ich persönlich nicht will, dass mir jeder irgendwas schicken kann, dass jeder auch in Gruppen von mir kommen kann, dass einfach Leute das vollspammen können, irgendwas schicken, was auch immer. Ich will nicht, dass jeder sehen kann, wann ich online war, Profilbilder etc., sondern dafür habe ich ja die Kontakte, die auf meinem Handy sind, die ich kenne und mit denen ich kommunizieren will. Und insofern machen die Einstellungen für mich Sinn. Ihr könnt ja mal bei euch schauen, was euer WhatsApp da so sagt an der Stelle und das entsprechend einstellen, wenn ihr das wichtig findet. Danke, tschüss.